Und mit dem Kandar am Charles machen wir jetzt einen alten Klassiker, der bei unseren Kisten-Sessions entstanden ist. Wir machen ja einmal im Monat so eine kleine Besetzung in Rogers' Kiste in der Hauptstadt der Straßen, so einen kleinen Jazz-Club. Jeden ersten Dienstag im Monat so eine kleine Jazz-Session. Und da probieren wir teilweise neue Sachen aus. Und da haben wir jetzt eine neue Version ausgedacht von Let It Be von den Beatles. Let It Be von den Beatles Speaking Words of Wisdom Let It Be And in my hour of darkness She is standing right in front of me Speaking Words of Wisdom Let It Be Let It Be Let It Be Let It Be Oh Let It Be Speaking Words of Wisdom Speaking Words of Wisdom Let It Be And when the broken heart of the people Living in the world agree There will be an answer Let It Be A room they may be part There is still a chance that they will see There will be an answer Let it be Let it be Let it be Let it be Oh Let It Be There will be an answer There will be an answer Let it be Let it be Let it be Let it be Oh Let it be There will be an answer There will be an answer Let it be 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 There will be an answer Let it be Oh Let it be Oh Let it be Let it be I need a secret Speaking Words of Wisdom would be an answer That is a message siiiita Please I need an answer Let it be 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 Vielen Dank.